Dass Basketball auch mit Rollstühlen Spaß machen kann, durften die Schüler der vierten Klassen der Gottlieb-Rühle-Schule in Mössingen erfahren. Sie hat nämlich Besuch von einem Trainer des Projekts Handicap macht Schule. Das Leuchtturmprojekt des Württembergischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes will Schülern ab der vierten Klasse den Behindertensport aktiv näher bringen. Außerdem setzt sich das Projekt auch als Ziel, dem Thema Inklusion und Teilhabe die Türen zu öffnen sowie Raum für Begegnung und Fragen zu bieten. Dabei können die Kinder und Jugendlichen, beispielsweise wie hier beim Rollstuhlbasketball, aber auch beim Blindenfußball einfach mal ausprobieren, wie es ist, mit einer Beeinträchtigung Sport zu treiben. Unser Eindruck, die Kinder hatten viel Spaß dabei und können sich künftig sicher etwas besser in Rollstuhlfahrer hineinversetzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017